Hallo, mein Name ist Suada. Ich bin das kleine Mädchen auf dem Foto hier. Allerdings ist das Foto vor 15 Jahren in Deutschland gewesen, wo ich geboren bin. Seit vier Jahren bin ich wieder in Kosovo, weil meine Familie abgeschoben wurde. Früher in Deutschland waren wir eine glückliche Familie und ich hatte eine schöne Kindheit. Ich denke oft an die Zeit zurück und an meine Freundin Deutschner. Ich finde es nicht richtig, wenn Kinder und die ganze Familie abgeschoben wird, in ein Land, wo sie Angst um ihre Zukunft haben. Viele Grüße aus dem Kosovo, Suada.